bombensuche wir warten noch mal was machen wir mal Bombe ich weiß es doch nicht wir haben noch mal aufrüstung nehm ich den nehm den hier äh bereit? war das noch mal bereit? weiss ich es nicht die waren schon mal bereit? wie war denn das? aus und zu bestätigen ach so boah das ist schon da Ewigkeiten her Ewigkeiten ist das wen hast du eigentlich alles als operated? du hast doch Jäger oder? ich? ja da fragst du genau und Experten ich habe keine Ahnung warte mal ich muss gucken ich hab IQ IQ heiße ich IQ ok dann greifst du gerade an greifst du gerade an ja das ist schon Ewigkeiten her Mensch also ich spiele jetzt eine Abfahrcharaktere äh ihr habt zufällig genommen ne ich bin Verteidiger und hab mein Schatzschild ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuspüren also das pisst mich auch an hoffentlich habe ich gute Mitspieler die Plan haben von dem Spiel die wir planlos ins Chaos Achtung eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert ey shit die haben mich ausgescheidet gehts jetzt los hier aber das ist irgendwie neu gemacht finde ich Rainbow kann ich jetzt spielen? ne was macht denn der da? 10 Sekunden bis zum Einsatz Och warum macht er denn alles auf was aufgeht ey 20% Kulis Er macht alles auf was aufgeht Bombe gefunden So jetzt gehen und entschärft sie jetzt gehts oder los hier das spielen wir langsam finde ich boah ist mir gar nicht gewöhnt so langsam zu spielen Mensch Oh du kannst rennen mit Schiffen Mr. Field mit Schiffen? Ähm ja aha das war muss ich ins Flugzeug rein anscheinend ja ach so Präsidentenflugzeug dann HC 1000 nie gefloben mit dem Flugzeug wahrscheinlich erfunden kann man wieder in der Ecke gucken Das war so knapp HÄH wie denn das? bin du nur tot alter? wie denn das? das ist doch nicht euer ernst das ist doch nicht euer fucking scheiß ernst alter ach so von da das ist ein Montaigne ÖH Schuhe verloren was? 3-4 Lohle Warte wo gehst du mein Kumpel Monty? Hä? ah fuck bin ich in der Ecke? ja uuuuuuun BIRRING Haben wir jetzt gewonnen oder was? oh fuck weg da von wo alles fuck von überall und ich muss grad nachladen es ist zu anstrengend sorry guys sorry guys sorry guys was wer spricht hier engl Magatinwechsel sorry guys Schnauze halt mach was für dein Geld der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz oh wie wer ist denn Fragezeichen? hm platziert und bereit zum Spreng wie Tachankas Gewehr pink leuchtet nur noch einer vom eigenen Trupp ist egal dann knallt den einfach ab man mach den kalt man ja er gewonnen neutralisiert haben wir nun gewonnen das Team wurde eliminiert ne ich hab verloren verdammt Rekrut Aaaaaaach no wer ist denn rock rock doc for for den 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 die Namen sind wieder lustig Wildsau Geil Wildsau den Bereich sichern die Bomben weiter schützen oh ich bin das war dumm von dem Monty das er da an einer zerstörbaren Wand war ne äh äh hä wie mach ich denn das wieder rückgängig äh äh go moin äh 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 oh ja wie machen wir das äh Standort der Bombe in Gefahr entsprechend planen Wann kann der Kug abgeschlossen? Ich muss auch mal öfters hier online kommen ja das ist irgendwie chillig mit dir und mit mir ja 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 aber ist halt zeitlich bei mir begrenzt weißt du wie kummelts Freunde die Papo und sowas das geht am vor wo sind denn unsere Freunde hm also Chris muss jetzt irgendwas Papierzeug hat er gesagt machen was er muss Papierzeug machen und Tim ist grad unten mit seinem Kumpel und spielt was anderes er ist so ein Tim Tim der Stricher Mensch los ey mach mal was mach Essen hier Essen dran Cool Dampf die Kaffeemaschine Nachladevorgang ach die sind hier oh da hatte ich ja auch mal so einen echt lustigen Kill aber hast du noch deine Tone? oh oh alles kaputt wo sind denn unsere Freunde? Freunde oh ey Aua 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 du wurdest entdeckt? im Mitteregal ob ich entdeckt wurde kennst du doch oder? ja äh da war ich ich hab nur eine Wand versteckt wann ich war in dem so ich glaub ich ich weiß ja nicht mal wen ich gespielt hab da kam ne Ash dann hat mich nicht bemerkt als er geflossen hat hab ich mich von der Seite getötet und ja ich war äh das hab ich halt Wo sind denn die unsere Freunde? Hä und wer hat den jetzt erschossen? Blaues Team gewinnt! Ich hab gewonnen! Oder haben wir nicht gewonnen? Ich wurde aus dem Match entfernt! Geil, Alter! Oh, Schlöcher! Wird er aus dem Match entfernt? Was sind denn das für Runden, Kunden? Warum denn das? Ungerecht! Neue Runde! Neue ist... Oh, weiß ich nicht! Oh, Mann, das ist doch ungerecht hier! Warum läuft ihr nicht aus dem Game raus? Das ist so voll ungerecht! Das sollte man so raus machen! Finde ich! Persönlich! Jo, geh mit rein! Jo! Okay, mein Luft... Da am... Turm ist jemand! Guck da links! Am roten Turm am Fenster! Genau! Da! Ausrüsten! Aufhaken! Aufhaken! Der vergast sich durch die Wand! Das ist so unlogisch! Zufällig! Spielst du nächstes Mal am besten Elcock, weil dann kannst du zum Beispiel jetzt auf dem Tower... Junge, Alter... Und der hockte... Oh, lol! Ne! Du du du... Du du du! Ja, aber mal ganz ehrlich, ähm... Habt ihr die denn alle schon freigeschaltet oder was? Ha? Was? Habt ihr schon alle freigeschaltet? gescheitert wir haben sie schon sehr also ich habe schon sehr viele freigeschaltet und kai hat auch schon ungefähr die hälfte von beiden ich habe einen der bio gefahrgut behälter muss jetzt lokalisiert werden musste eingang hier wir müssen das machen ich muss schon lang fahren hier höchst ich gar nicht lang weil ich nicht so gut kenne das u-boot das sind das sind einfach nur die spornorte wo du sporn kannst und behält das unbekannt angriffs erlaubt ist erteilt bin ich jetzt alleine oder was meine freunde die ganz schön verpisst machen wir den auf aufmachen wie komme ich eine aufwarte mal kanade y g mit g geht nicht ich komme nicht rein jetzt werden wir mich verarschen warte mal ich muss noch mal zu euch kommen das treffer ist ja oder mal von oben vielleicht hoch alles gute kommt von oben